Mit Deutschland im Ganzen geht es rapide bergab und ja, die einzig positive Nachricht ist auch mit der Zustimmung für die Ampelkoalition geht es bergab, nur leider, leider nicht schnell genug. Nach der neuesten Umfrage sind nur noch 29 Prozent der Befragten mit der Ampelkoalition zufrieden. Die Umfrage ist für den Sonntagstrend der Bild-Zeitung vom Meinungsforschungsinstitut INSA erstellt worden. Und ich möchte aber gleich weiterspringen, denn auch für unsere Grinsekatze, unseren dementen Bundeskanzler Scholz gehen die Zustimmungswerte immer weiter runter. Und wie nicht anders zu erwarten stellt Scholz leider nicht die Vertrauensfrage und macht nicht den Weg für Neuwahlen frei. Aber wenn man sich die Umfragen anschaut, dann wäre genau das der richtige Weg, nämlich die Ampelkoalition sollte sich zurückziehen, sollte den Weg für Neuwahlen frei machen, damit Deutschland endlich wieder eine Chance hat hochzukommen. Bevor wir allerdings zu den aktuellen Umfragen, wir hatten zur Bundestagswahl kommen und an dem Anschluss auch zur Brandenburg-Wahl, möchte ich noch einmal hier kurz die Zufriedenheit mit den Politikern ansprechen. Ja, keine Ahnung, warum mit dem Pistorius, dem Kriegstreiber, der Deutschland auf einen Krieg vorbereitet, uns auf dem Schlachtfeld opfern möchte. Warum der jetzt mit 53% Zufriedenheit noch an oberster Stelle steht, ich weiß es nicht. Aber wir müssen ja sagen, er hat 3% verloren, genauso wie Friedrich Merz, der alte Blackrock-Vertreter, hat auch 3% verloren. Wagenknecht, die Selbstdarstellerin, die jetzt mit ihrem Bündnis Sarah Wagenknecht die Leute hinters Licht führen möchte, die unzufriedene Wählerstimmen für die Altparteien wieder einfangen möchte, hat auch 2% verloren, nur noch 28%. Der Habeck mit 27%, ich weiß nicht, wie ein Kinderbuchautor als Wirtschaftsminister so gut darstellen kann, aber immerhin, er verliert 3 Punkte. Dann kommen wir zu Alice Weidel. Alice Weidel, trotzdem die AfD so schlecht gemacht wird in den Systemmedien und den Systemparteien, kann sie 2% zulegen und ist mit 20% die drittbeliebteste von unten gesehen. Ja, Lindner verliert sogar 6%, liegt vielleicht auch daran, dass er uns Arbeitnehmer härter und länger arbeiten lassen möchte, habe ich ein Video dazu gemacht, ein aktuelles, könnt ihr euch gerne anschauen. Und unser Dementi Scholz hat auch 6% verloren und hat nur noch 18% Zustimmung. Wie kann dieser Mensch, der jetzt hier unter der Auswahl als unbeliebtester Politiker mit 18% weit unten steht, wie kann der noch Kanzler sein und wie kann er die Vertrauensfrage immer noch zurückschieben? Kommen wir dann also direkt zur Sonntagsfrage, zur Bundestagswahl und auch da die Kanzlerpartei SPD minus 1%, nur noch 15% Punkte. Die Union bleibt gleich bei 31%. Ja, es ist immer wieder zu hören, dass die Leute Hoffnung in die Union haben. Ich frage mich nur, haben die die Zeiten von Angela Merkel vergessen? Haben die die Zeiten der Großen Koalition vergessen? All diese Jahre haben Deutschland schwere Rückschläge verschafft und wieso nach dieser kurzen Ampelperiode, wieso sollte die CDU, CSU jetzt den Karren aus dem Dreck ziehen können? Da glaube ich persönlich nicht dran. Ja, eine weitere Ampelpartei, die Grünen verlieren ebenfalls einen Punkt und kommen nur noch auf 10% Punkte. Naja, über grüne Politik brauchen wir nicht lange philosophieren. Im Endeffekt sind die Grünen an der desaströsen Lage in Deutschland hauptverantwortlich, zumindest was die wirtschaftliche und die Migrantenfrage betrifft. Auch diese elendige LGBTQ oder wie es nicht heißt, Thematik ist ja hauptsächlich von den Grünen da ins Leben gerufen und am Leben gehalten. Also dementsprechend sind 10% Punkte für die Grünen noch viel zu viel. FDP, nur noch 4% in der nächsten Bundesregierung sind wir von dieser Wendehaltspartei also anscheinend befreit und die wird an der 5% Hürde scheitern. AfD hält sich bei 19%. Ich habe keine Ahnung, das müsste eigentlich mittlerweile noch viel, viel mehr sein. Wir sehen ja auch, wie undemokratisch die Ampelparteien und generell die Altparteien auf die Wahlergebnisse in Sachsen und Thüringen reagiert haben. Da sollten doch alle Alarmglocken angehen und mittlerweile sollte jeder wissen, wer die antidemokratischen Parteien sind und dass die AfD alles andere als antidemokratisch ist. Ja, Linke zum Glück mit ihren 3% auch raus aus dem Bundestag. Das liegt sicherlich auch daran, dass Sarah Wagenknecht mit ihrem Bündnis Sarah Wagenknecht eine neue Partei ins Leben gerufen hat, die jetzt alle frustrierten Wähler einfangen soll und verhindern soll, dass noch mehr frustrierte Leute zur AfD wechseln. Und ja, es soll so eine gewisse Hoffnung geben, dass das angeblich eine neue Partei ist. Aber für mich ist das eine Altpartei, die sich einfach nur einen neuen Anstrich gegeben hat. Die Frage ist ja, kann man das überhaupt Partei nennen oder ist das eine Ein-Personen-Show von Sarah Wagenknecht? Ich würde sagen, der Partei sollte man nicht trauen und wir sollten die Stimmen nicht beim Bündnis Sarah Wagenknecht verschwenden, denn das ist eigentlich nur ein Steigbügelhalter für Koalitionen mit den Altparteien und dementsprechend wird es eine Weiter-so-Politik geben. Kommen wir dann noch als letztes zur Sonntagsfrage, zur Landtagswahl in Brandenburg. Die SPD kann da für mich unverständlicherweise 4 Prozentpunkte gut machen, kommt jetzt auf 23 Prozent. Die AfD kann laut dieser Umfrage hier auch 4 Prozent gut machen und kommt somit auf 27 Prozent, ist damit stärkste Kraft in Brandenburg. Ich habe auch schon von anderen Umfragen gehört, wo die AfD aktuell noch mehr zugelegen konnte und angeblich mittlerweile auch schon die Sperrminorität erreicht hat. Das wäre natürlich super. Die CDU, ebenfalls in Brandenburg an der Landesregierung beteiligt, verliert einen Punkt. Das ist schon mal erfreulich, aber mit 18 Prozent haben die immer noch viel zu viel. Die Grünen müssen zittern. Vielleicht verlieren sie in Brandenburg den nächsten Landtag, scheitern an der 5-Prozent-Hürde. Das wäre nur gerecht für die desaströse Politik, mit der die Grünen uns die letzten Jahre gequält haben. Die Linken ebenfalls an der 5-Prozent-Hürde gescheitert. Freie Wähler 3 Prozent auch uninteressant. Und das Bündnis Sarah Wagenknecht verliert in Brandenburg einen Punkt. Ist mit 15 Prozentpunkten allerdings für so eine Schummelpartei, für so ein trojanisches Pferd quasi immer noch viel, viel, viel zu viele Prozente. Da ist noch einiges an Aufklärung notwendig, damit Sarah Wagenknecht Partei da in Brandenburg noch ein paar Prozentpunkte einbüßt. Denn wie gesagt, die spielen mit der Frustration der Wähler, reden denen nach dem Mund. Und nach den Wahlen, haben wir ja jetzt in Sachsen und Thüringen auch erlebt, sind die offen für Koalitionen mit den Altparteien, ziehen auch eine Brandmauer zur AfD, anders wie vorher behauptet. Und dementsprechend ist die Wahl des Bündnisses Sarah Wagenknecht definitiv die falsche Wahl. Ja, somit kann man nur hoffen, dass wir vorzeitig noch Neuwahlen auf Bundesebene bekommen. Vielleicht, wenn in Brandenburg nochmal eine große Schlappe für die Parteien der Ampel erreicht werden kann. Vielleicht kommen wir dann den Neuwahlen näher. Und das liegt natürlich an uns allen. Deswegen teilt dieses Video, damit möglichst viele Leute nochmal drüber nachdenken, ihr Wahlverhalten vielleicht nochmal ändern und überdenken. Ja, gebt dem Video einen Daumen nach oben, ein blaues Herz unten in den Kommentaren. All das hilft im Algorithmus, das Video zu teilen. Und natürlich abonniert den Kanal, um in Zukunft kein weiteres Video zu verpassen. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.